Pol Optik präsentiert Purglide, das Brillenglas mit der geringsten Reflektion der Welt. Vergleichen wir andere entspiegelte Brillengläser mit Purglide in derselben Fassung. Purglide, unsere bisher beste Entspiegelung, eliminiert fast alle Reflektionen, unabhängig von der Lichtintensität. Die Wahrheit ist, dass mir der Augenkontakt in meinem Job sehr wichtig ist. Direkt, transparent und ohne Reflexion. Purglide lässt mehr Licht und Farbe durch und ermöglicht es Ihnen, die Welt genau so zu sehen, wie sie ist. Farben sind mein Leben und ich möchte sie so sehen, wie sie sind. Vollständig, ohne Beeinträchtigung. Selbst unter schwierigsten Bedingungen sorgt Purglide für saubere und intakte Brillengläser, ohne dass die Augen ermüden. Ich lege Wert auf Kontrolle, Qualität und Präzision. Dennoch, am Ende des Tages ist es für mich das Wichtigste, sicher nach Hause zu kommen, zu meiner Familie. Purglide, das am wenigsten reflektierende Brillenglas der Welt. Pol Optik Wichtigste war Knack Die Luge